Hallo liebe Freunde, nach langer Zeit habe ich mich auch mal dazu entschlossen, ein Tutorial hochzuladen. Entschuldige meine Stimme, ich habe einen bisschen dicke Mandel. Und es geht heute um den Teel Eisbären von den Kuys. Ich habe selber lange danach gesucht, habe leider nie was gefunden im Netz, auf jeden Fall nichts brauchbares. Und da habe ich mir selber mal die Mühe gemacht, mit dem herauszuhören, den Anfang, das Intro. Und das wollte ich euch auch mal zeigen. Vielleicht kann der eine oder andere was damit anfangen oder das Umsetzen gebrauchen, wie auch immer. Ist eigentlich gar nicht so schwer, wie es sich anhört. Das ganze Teil besteht aus, ich sage mal, zwei Teilen. Und spielt sich eigentlich überwiegend auf der E und A Seite ab, mit Leerseiten natürlich. Ich kann es mal langsam vorspielen. Das war jetzt der erste Teil, der zweite Teil. Das war praktisch der erste Lauf. Und der zweite fängt auch so an, endet nur anders. Und da fährt ihr einfach bis hoch. Und schon war es das. Man muss natürlich die Rhythmik ein bisschen üben, weil die ist nicht anspruchsvoll, aber anders, als man das vielleicht gewohnt ist. Aber sonst kriegt man das mit bösen Üben hin. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Gucken, fürs Interesse. Bis bald vielleicht. Und ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.